Schatz, Schatz, wach auf. Schatz, es ist 4 Uhr. Ich habe magische Superkräfte. Ich war gerade pinkeln und als ich den Deckel aufgemacht habe, ging das Licht an. Und als ich ihn wieder zugemacht habe, ging das Licht aus. Oh Schatz, du hast dich schon wieder in den Kühlschrank gepinkelt, oder? Was?